Herzlich willkommen hier in Rüdenau im idyllischen Odenwald bei Miltenberg am Main und herzlich willkommen bei St. Kilian Distillers. Und wir nehmen euch jetzt mit auf eine Tour durch unsere Brennerei. Kommt mit! Das hier sind unsere Getreidesilos. Hier beginnt alles. Während wir unser Peated Malt direkt aus Schottland bekommen, bekommen wir unser Unpeated Malt von Weyermann aus Bamberg. Und was wir damit machen, das zeigen wir euch jetzt. Hier sind wir jetzt im Herzstück unserer Brennerei. Hier wird eingemeischt, hier wird fermentiert. Und hier hinten wird destilliert auf unseren zwei Kupferbrennblasen von 4Size in Schottland. Und was danach passiert, das zeigen wir euch jetzt. Kommt mit! Riechst du das? Ah, diese Angel Share, diese Luft voll Whisky-Duft. Ich liebe diesen Geruch hier bei uns im Fastlager in Rüdenau. Ehrlich. Und wenn die Reife abgeschlossen ist, dann könnt ihr die Flaschen bei uns im Online-Shop bestellen oder im Shop bei uns hier in der Brennerei. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und nach der Tour könnt ihr natürlich hier im Shop noch eure Flasche Whisky. Die mit nach Hause nehmen. Wir haben natürlich extra für euch auch noch ein paar Schmankerl-Vorbereiter wie zum Beispiel Distillery Only oder der Handfeld, den es wirklich nur hier in der Distille gibt. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt auf eine Tour, dann geht auf St. Kilian-Distillers.com und bucht euch eine. Wir freuen uns auf euch.